Hey Leute, Kicks am Start. Ein monatliches Pack gegen Echtgeld, das euch krasse Prämien gibt. Ein erster Hinweis, wann das finale Update dieser Season 14.60 kommen wird und alle Informationen zum Black Widow Cup, der morgen stattfinden wird, jetzt in den Fortnite News. Herzlich Willkommen zu den Fortnite News. Heute habe ich wieder krasse News für euch am Start. Wir beginnen gleich mit der ersten, die sehr interessant ist und zwar es wird ein ziemlich nices Pack geben. Das Ganze ist noch nicht zu 100% offiziell, aber Fortnite hat eine Art Umfrage gemacht, wo zufällig Spieler befragt worden sind zum aktuellen Status vom Spiel, wie ihnen die aktuelle Season gefällt und so weiter. Und dann kam eben auch dieses Bild auf und dazu folgende Fragen. Was sollte denn drin sein in so einem monatlichen Pack, dass man wie gesagt jeden Monat sich dann kauft. Das wird so eine Art Abonnement wohl sein. Ich gehe auch gleich auf den Preis ein und da wurden eben so Sachen aufgestellt, wie zum Beispiel, dass man monatlich 1000 V-Bucks bekommt, dass man früher Zugriff hat auf den neuen Battle Pass, dass der Battle Pass eben gratis mit Dringern ist und lauter solchen Geschichten. Momentan sieht es eben danach aus, wenn man dem Bild zuurteilen, dass man einmal gratis den Battle Pass bekommt, dass man ein monatliches Pack hat, wo man früher Zugriff hat auf einen bestimmten Skin. Das wird wohl eher im ersten Monat der Ghost Rider Skin sein, denn das vorige Bild wurde aktualisiert durch den Ghost Rider Skin. Mal schauen, wie das dann aussehen wird, denn in Zukunft sollen da wohl eher Skins kommen, die zuerst eben für die Leute sind, die sich dieses Pack kaufen und danach erst in den Item Shop kommen sollen. Das funktioniert ja beim Ghost Rider nicht mehr. Ich bin gespannt, wie sie das lösen wollen. Und eben 1000 V-Bucks oben drauf. Jetzt fragt ihr natürlich, was kostet das Ganze? Hier ist es so, dass auch hier Fortnite oder Epic Games die Leute befragt hat, wie viel das Ganze kosten soll. Beziehungsweise wurden die Leute gefragt, wärst du bereit, einen bestimmten Betrag für diesen Pass monatlich zu zahlen. Und da werden immer wieder mehrere Fragen gestellt und der Preis wird immer höher. Also würden sie für 15,99 Dollar im Monat das kaufen? Würden sie für 19 Dollar im Monat das Ganze kaufen? Also wird das Ganze irgendwo im Bereich zwischen 10 und 20 Euro liegen? Ich vermute mal, dass es eher in die Richtung 15 bis 20 Euro geht, wenn ich mir anschaue, was da wirklich alles dabei ist. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch noch, hä, aber wie soll das denn jetzt funktionieren? Der Battle Pass kommt ja nicht jeden Monat raus. Ja, ich vermute mal, dass das Folgendes passieren wird. Ich denke mal, wenn es einen neuen Battle Pass gibt, dann wird der Battle Pass drinnen sein. In einem Monat, wo man vielleicht einen aktuellen Battle Pass schon hat, kann man entweder 20 Stufen dazu bekommen oder 25 Stufen oder zum Beispiel eine höhere Anzahl an V-Bucks oder halt vielleicht noch einen weiteren Skin. Also ich denke mal, dass sich Fortnite auf jeden Fall was überlegt, dass das Paket vom Gesamtwert immer ungefähr gleich ist. Also coole Sache. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Sobald ich hier News habe, gebe ich euch natürlich umgehend Bescheid. Darum lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann habe ich noch eine kurze Info für euch bezüglich dem großen Update, dem finalen Update für diese Season. Das wird ja das Update 14.60 sein. Wir haben aktuell noch keine genauen Informationen, wann das Update kommen wird. Aber wenn wir uns jetzt hier die Leaks anschauen von den Woche drei Challenges für die EP-Rausch-Missionen. Da haben wir zwei Missionen, die mit Placeholder betitelt worden sind. Das bedeutet, dass hier Fortnite noch keine Missionen drinnen hat. Und das ist immer die Schlussfolgerung daraus, dass es etwas ist, das es momentan noch nicht im Spiel gibt. Das heißt zum Beispiel, öffne irgendwelche Kisten in einem Ort, den es noch nicht gibt. Oder töte den Boss oder besorge dir die mystische Waffe, die es noch nicht im Game gibt. Das heißt, irgendwas ist momentan noch nicht im Spiel, was eben als Mission rauskommen wird. Und deswegen vermute ich, dass das Update am 18. November kommen wird. Also entweder am Mittwoch oder am Donnerstag nächste Woche. Eben damit dann spätestens dort die Missionen für die Woche drei gemacht werden können. Natürlich gebe ich euch auch hier Bescheid, sobald ich etwas Neues weiß. Jetzt noch ein kurzer Hinweis. Am Samstag, dem 14.11. findet wieder der nächste Kickstream statt, wo wir gemeinsam Fortnite und Rocket League zocken. Ich freue mich schon auf euch. Am 17 Uhr geht es los. Ich habe natürlich wieder Giveaways am Start und ein paar witzige Challenges. Wird sicher ein ziemlich cooler Abend. Ich freue mich auf euch. Und jetzt kommen wir direkt zur nächsten News. Und zwar wird der Black Widow Cup, wie ich schon angekündigt habe, morgen stattfinden. Inzwischen ist jetzt der Skin bereits geleakt worden. Also so sieht er aus, beziehungsweise offiziell vorgestellt worden von Fortnite. Und wir schauen uns jetzt mal an, wann genau der Cup stattfindet und was ihr alles tun müsst, um den Skin zu gewinnen. Also der Cup findet um 18 Uhr statt in Europa. Diesmal wird es aber ein Duo-Turnier sein und kein Trio-Turnier. Aber es ist wieder der Marvel Knockout Cup, den wir ja bereits kennen von dem Ghost Rider-Turnier. Was hier auch noch interessant ist, ist, dass ihr natürlich wieder die Zwei-Faktoren-Authentifizierung aktiviert haben müsst. Sondern funktioniert das Ganze nicht. Falls ihr die noch nicht aktiviert habt, hier der Link zum Video, wie ihr das Ganze aktivieren könnt. Dann haben wir hier auch noch einen Hinweis, dass es am 18. November noch ein weiteres Turnier geben wird. Und da gibt es wieder einen Marvel-Helden- beziehungsweise Bösewicht-Cup. Ich bin sehr gespannt, wer das sein wird. Ich gebe euch umgehend Bescheid, wenn ich hier was weiß. Ich hoffe ja, dass es Wienem sein wird. Es wäre zumindest richtig, richtig heftig, wenn Wienem ins Spiel kommen wird. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall nochmal kurz die Regeln an, beziehungsweise die wichtigsten Sachen. Also zum einen, wie viele Punkte bekommt man für was und wie lang dauert das Turnier und so weiter. Also das Turnier dauert wieder drei Stunden lang. Ihr habt zehn Matches Zeit und die Punkteverteilung ist genau wie beim Cup von Ghost Rider, weil das Ganze ja wieder wie ein Turnier immer aufgebaut ist. Und ihr bekommt ja für den ersten Platz 25 Punkte und dann halt immer weniger Punkte, je nachdem welchen Platz euer Duo erreicht pro Spiel. Jetzt fragen wir uns natürlich, wer bekommt jetzt diesen Preis? Also den Skin und den Backbling dazu. Das sind diesmal die besten 1200 Duos. Also ist es nicht ganz so streng wie beim Ghost Rider Cup. Da waren es nur die besten 800, aber eben Trios. Dadurch, dass es Duos sind, werden wahrscheinlich mehr Teams an dem ganzen Cup teilnehmen, was das Ganze wieder mindestens genauso schwitzig macht. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Punkte ihr ungefähr brauchen werdet, um da drunter zu kommen, könnt ihr gerne in meinem letzten Video vorbeischauen. Da sage ich euch nämlich genau, wie viel ihr beim Ghost Rider Cup erreichen musstet, um den Skin zu bekommen. Jetzt hört auf das Lama in der Endcard und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Kix.